Hallo meine lieben Bonelli, beantwortet jetzt Fragen. Hier ist eine Frage, gibt es Situationen, in denen wir uns rein auf unseren Bauch verlassen können, ohne in Abstimmung mit Kopf und Herz zu sein, oder führt das ausschließlich zu negativen Resultaten? Haben Sie hier eventuell ein konkretes Beispiel? Also ich meine, der Mensch ist ja eine Einheit und das, was ich immer meinen Patienten sage oder allen, die es hören wollen, ist, dass die Bauchgefühle sehr wesentlich und wichtig sind und dass wir lernen müssen, damit richtig umzugehen, sie wahrzunehmen, sie auch bewusst zu machen, aber dann darüber nachzudenken und das Herz zu befragen und aus dem Herzen heraus zu handeln, das ist immer gültig. Das heißt sozusagen, die Vernunft und das Herz zu überspringen, ist nicht sinnvoll. Außer die Situation ist im Vorfeld vernünftig und vom Herzen abgeklärt. Ich sage jetzt ein plakatives oder sehr modales Beispiel. Also wenn eine verheiratete Frau oder ein verheirateter Mann, wenn die halt dann zusammenliegen und miteinander Sex haben, dann müssen sie erst nicht krampfhaft nachdenken, ob das jetzt richtig oder so ist, sondern sie haben sich im Vorfeld ja schon entschieden. Sie haben sich geprüft, sie haben geheiratet, sie legen sich gemeinsam ins Bett und dann passiert eben etwas, also sozusagen aus dem Bauch heraus, das ist auf jeden Fall dann gut und richtig. Ansonsten ist es immer gut, die Vernunft zu befragen, wenn nicht im Vorfeld die Vernunft befragt worden ist. Ich erzähle gerne ein Beispiel von einem meiner Patienten, der hat mich angerufen und hat gefragt, ich bin gerade am Jakobsweg und soll ich jetzt den klassischen Camino de Santiago gehen oder soll ich an der Küste entlang gehen? Interessanterweise, dass er mich da angerufen hat, mitten im Sommer. Aber ich war selber am Jakobsweg und deswegen habe ich ihn gefragt, okay, was ist vernünftig? Sagt er, naja, beides ist gleichermaßen vernünftig. Zweite Frage, was ist gut? Was entspricht dir am Herzen? Dann sagt er, naja, auch beides klar. Dann sage ich, dann entscheiden Sie nach Ihrem Bauch. Entschuldigung, nach Ihrem Bauch, ja, weil sie im Vorfeld abgeklärt haben, es ist so von der Vernunft her, egal ob ich A oder B gehe und es ist auch von meinen Werten her, egal ob ich A oder B gehe, dann ist es wurscht. Also wenn ich zum Beispiel entschieden habe, ein Eis zu essen und dann stehe ich vor dem Eissalon, dann werde ich natürlich nach dem Bauch das Eis nehmen, zu dem ich am meisten Lust habe und nicht das, was ich nicht will. Das ist klar, auch hier ist eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, die dann nicht mehr reflektiert werden muss, aber weil es im Vorfeld schon geklärt worden ist. Also insofern verstehe ich Ihre Frage, die eben diese, die Wichtigkeit der Bauchgefälle abfragt, aber das Wesentliche ist immer, wir sind Menschen mit Kopf und Herz und Bauch, also nur den Bauch, das haben nur die Neugeborenen einerseits, ja. Also Simon Freud sagt, der Neugeborenen ist reines Ehes, die haben also noch keinen Vernunftgebrauch und da weiß man ja, dass Säuglinge gar nicht lebensfähig sind. Und auch andererseits die Tiere auf eine ganz andere Ebene natürlich, weil ein Säugling ist ja kein Tier. Aber auch die Tiere sind so, dass sie nur ihre Instinkte haben, wobei die Instinkte auch manchmal sehr gut sind. Aber sie haben eben keine Freiheit mehr, das heißt, das Einschalten des Herzens bringt uns eine gewisse Freiheit. Aber wenn Sie jetzt noch ein konkretes Beispiel wollen für Bauchgefühle, dann ist das natürlich die Intuition eines Arztes, nicht? Also wenn ein Arzt eine Intuition hat, sagt, das könnte die und die Krankheit sein, dann wird er dort näher hinschauen. Ich im Konkreten als Psychiater frage halt dann in diese Richtung, wie schaut es aus mit, was weiß ich, Sexualität oder wie schaut es aus mit der finanziellen Situation oder was auch immer, wo die Intuition halt sagt, da könnte es liegen. Oder Konflikt mit der Mutter oder was auch immer. Und häufig ist es dann so, besonders wenn man eben ein routinierter oder geübter Arzt ist, dass es dann auch wirklich da liegt. Aber es entbindet uns niemals auch die Vernunft und am Ende auch das Herz zu befragen. So, ich hoffe, das hat geholfen. Herzliche Grüße, Raphael Bonelli.